Alles so geplant. Jetzt ist er gestorben. Leute, ich glaube, er ist gestorben hier. Er ist versucht, mich zu erreichen. Das ist natürlich noch deutlich nice. Mit Ruhe. Mit einer Falle. Da war doch eine Falle drin gewesen. Große Scherbe. Zwei Stück. Sieht geradeaus oder? Ich finde es schön, dass wir darüber gesprochen haben. Alter, wir haben ein anderes Moveset. Nö. Unterholen häufiger Steine. Eigentlich könnte er genau das gleiche Moveset. Mech. Das ist mit einem neuen Kempfne. Oder? Achtung vor Stein, oder was kommt jetzt? Ich will jetzt nicht, dass wir gucken, was unten ist, vielleicht? Ich will nur gucken, ob es hier auch weiter geht, oder ob das einfach nur so... Das geht noch, das ist so eine Echse. Da oben kommen die Dings her, ne? Aber hier sind auch keine Einbuchtungen oder so, oder? Nein. Ich würde sagen, hier geht es auch gar nicht weiter. Nun, das würde ich nicht behaupten. Also noch nicht. Oder man müsste sehr schwörend sein. Ne, ne, da runter würde ich ja fragen. Ich gehe erstmal hier lang. Dabei ist mir wohler. Das sieht so aus, als wenn da aber auch Sterne kommen, du. Oh, hallo. Das hab ich mir auch gerade gedacht. Ich wollte einfach mal ein Mikkelchen machen und du lässt ihn nicht mehr. Schlimm so was. Deine Manieren. Hey! Ich muss mal wieder zuschlagen, nur kleine Echse. Ich muss mich mal kurz regenerieren. Na, ist da unten. Danke, ich bin mal ein Stück zurück. Finde ich sehr gut. Letzten Fall runter. Nein! Nein! Nicht mich! Okay, er oder ich. Gott sei Dank. So. Jo. Nö, ist nix. Das ist nämlich jetzt echt. Vollends. Müssen wir jetzt sehen, das war umsonst. Schon schon so viel. Toll. Die liegen da sowieso gleich irgendwo auf diesem Felsweg hier. Das hätte ich nicht mehr gemacht. Okay, nice. Der schießt jetzt mit Blitzen ab. Sehr gut. Sehr gut. Was ich vom Stein überrollen lassen. Der schießt jetzt. Never. 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 Das ist nicht. Der schießt jetzt. Oh. Nein! Das ist weiter. Das ist mal ne kleinere. Das ist ne andere. Das ist ne andere. Dafür behaupten der es deutlich. Der macht irgendwas mit Blitzen. Blutung. 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 Jetzt Backstab. Nein! Ich hau. Ah, siehste. Das wird schnell down. Ich hab keine Ausdauer mehr. Ich hab kurz ein bisschen Ausdauer gegeben. Ja, darum rollst du. Ja, ich muss nochmal kurz weg von ihm. Ja, ich muss nochmal kurz weg von ihm. Was willst du da mal umkreisen? Mensch Kollege. Musst du immer gleich. Ich steh nach seinem Angriff doch einfach zweimal an und fertig ist. Ja! Super gut. Ich würde behaupten du sollst auf der Seite. Oh. Hat fast gut gekleidet. Ich hab keine Dings mehr. Mhm. Ich hab mal so ein bisschen scheinbare Band mit Leuchtfeuer oder so. Rechts. Danke! Achso, das ist der Stein der sonst auch von oben runterfällt. Würde ich behaupten. Die Frage ist, muss ich nach oben oder muss ich nach unten? Ich muss nach oben. Ja. Woher? Da kommt der Stein her. Soll ich vor dem Stein mit dem Stein weglaufen? Da oben ist nichts. Da kommt der Stein her. Aber sicher, dass oben nichts ist. Das ist auf der Tür. Gewiss ist nur der Tod. Und zwar meiner. Und zwar sofort. Okay. Glückhaft. Das war die richtige Entscheidung. Kiste. Bei der Kiste wäre ich ganz vorsichtig. Ich wage jetzt mit Zweifel, dass du so einen backslapen kannst. Was? Oh, shit. Keine Chance. Ich kann nichts machen. Doch, ich lebe noch. Aber ich hab kein Estos Flas mehr. Ich sollte das Visier nicht wegnehmen, du. Ich wollte das Visier nicht wegnehmen. Ich dachte, ich hätte ihn auch noch Visieren. Ich hab' da was gedroppt. Ich hab' da was gedroppt. Ich hab' da was gedroppt. Oh, was ist das denn jetzt? Achtung vor die Hunde. Gefällt mir nicht. 144 und 144 Blitzschaden. Skaliert aber auch mit nix. Bei 144 und 144 mehr als 240. Damit gehörst du auch 100 kritischen Schaden drauf. Ja. Ja. Gibt's hier irgendwo mal ein Leuchtfeuer? Grund und Abgrund. Treppe. Ah. Vielen Dank oder so. Ah ne, jetzt bist du da, wo die Steine runterkommen. Da bist du eben grad längst gelaufen. Unten rum. Wenn ich mir nicht irre. Oh, ich glaube überhaupt mal geht's nicht längst. Ja, längst ist nicht hier. Das wird irgendwann ein Shortcut. Also bleibt nur dieser Weg, ne? Ja. Aber jetzt ist die Frage, nach oben oder nach unten. Oben war ein Hinweis. Ja, und unten sieht auch nicht richtig aus. Und jetzt ist die Frage, nach oben oder nach unten. Ja. Aber... Sie werden alle nach da weggekippt, nicht wahr? Ja. Ja. Bleib mit dem Naschke. Ja gut, hier kommen ja keine Steine her. Die Apparatur ausschalten. Kannst du drehen. Nein, 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 nein. Ganz dickes nein. Ich würd sagen, die Schwanz, als du mir bist zerstört. Ich wollt grad sagen, das sieht so aus, als wenn das vom Spiel gewollt wäre, nicht wahr? Dahinter ist bestimmt ein Leuchtfeuer, komm. Sei lieb, spiel, sei lieb. Dann kick die Dinger doch einfach ins Nichts. Bleck mich. Jetzt können sie mich ja schon nicht mehr stören, oder? Weil sie jetzt alle ins Nichts fallen. Stimmen können wir. Oh! Und jetzt auf ihn. Ja. Das heißt, ich kann jetzt hier auch langlaufen, ohne dass was passieren dürfte. Das sind die, die unterkommen. Ja. Das heißt, unter mir steht jetzt der Blitzputzi. Jo. So, die werden alle in... Rechts. Aus der Richtung komme ich. In die Richtung sind sie alle zuerst geflogen. Ja. Du weißt, dass rechts noch ein Gang war? Wo? Links von und dann links. Nein! Das ist die Falle. Warum versuchst du das überhaupt beschossen? Äh. Das ist die Falle. Warum versuchst du das überhaupt beschossen? Fuck, ich bin voll drüber gesprungen. Ihr Schweine. Was für die Nachrichten hier sind. Achso. Was für die Nachrichten hier sind. Achso. Ich ziehe das auf das hier. Würde ich auch. Vielleicht weil die zu eng sind, ne? Ja. Möchte ich hier schon lang? Wollen sie nicht. Möchte ich mir erst den anderen Weg angucken? Wollen sie nicht. Was für die Nachrichten? Ja. Was für die Nachrichten. Das ist das. Was für die Nachrichten. Was für die Nachrichten. Wir brauchen dringend mehr Ausdauer. Jetzt! Backstab! Nein! Meine Güte! Okay, Ausdauer, 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 Ausdauer. Danke. Komm! Backstabbe ihn doch! Alles ohne eine echtes Flaske könnte ich mal. Hallo! Du hast einen Moment, um zu sprechen über den Eidechsen, Gott. Ausdauer, 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 okay. Ich kann mich nicht mal im Kopf kratzen, ne? Alter, er macht mir auch so scheiße Schaden. Ich will 7000 sehen und keinen Leuchtpfeier. Mit 7000 sehen könntest du auch rein überhaupt nichts anfangen. Ich weiß, aber ich will ein Leuchtfeier haben, damit man nicht den ganzen Weg nochmal laufen muss. So, erstmal hinrennen. Haben wir den Weg doch auch schon mal ausgeschlossen? Ich höre was. Brauchst oder solltest haben? Okay, brauchst. Gut. Gut. Ist das optional? Oder bauen die eine Stelle ein, wo du wirklich nicht ohne Distanzkampf weiterkommst? Cool. Kannst du das jetzt weiter durchziehen, ohne dass er... Ah! Alles klar. Das geht natürlich einfacher, ne? Oh, das ist auch wieder so ein Ding, so ein Durchsprinden, ne? Was ist das dahinter? Ist da nur eine Wand? Ich erkenne das von hier aus nicht. Ne, da ist auch ein Weg. Das war zu spät. Das war zu spät. Das war genau so geplant, so und nicht anders. Ja, eindeutig. Ich habe mich schon gewundert, warum das ein Ding ist, aber kein Auslöser. Aber die auslöst den. Wolle ich den Auslöser ausgelöst? So, wohne. Vorsicht. Ja, 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 ja. Ja, dann wirst du das nicht auch runterkommen. Ja, das ist mir abkommen. Ich sag's, hier hinter dem Nebel ist jetzt ein Bosskampf. Und ich bin tot. Der ist schon irgendwie witzig. Nein! Doch, so ein bisschen schon. Ah. Nee. Nee. Ich möchte gerne rückwärts gehen. Ha! Nein! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Was? Der wirft doch nicht auf die Hecht. Nein! Na gut. Reicht das. Was ist das denn? Was? Willst du mich verarschen? Oh, nee. Ich bin nicht da rechts. Das überlege ich auch gerade. Ich bin nicht gestorben. Finde ich irgendetwas auch sehr dankhaft. Geh mal da gleich runter. Du kannst da bestimmt irgendwo... Weißt du was? Die gemeinste volle... Kommt. Aber das ist wieder so ein Standardvieh, ne? Ja. Hat aber ein bisschen mehr Leben als sonst. Ja. Warum muss die nicht da wegkommen? Irgendwie ist da, wo du mehr Platz hast. Verbessern, ne? Bedeutlich. Ja, ich hatte Angst, dass er mich jetzt hier mit den Steinen bewerfen kann. Mensch, ich hab mich überbewertet. Ich muss hier doch mal irgendeine geheime Tür sein und ein Feuer oder so. Ich verschritte. Ist das so true? Ach. Das wollte ich gar nicht machen. Was auch immer ein Flammensteinplattenring ist. Hätte man zu manchen Zeiten gut gebrauchen können, aber nur zu spät. Ich hoffe, dass findest du es nicht mehr. Das war weiter oben. War es das Ding? Ne. Nö. Äh. Da. Okay. Ganz ruhig bleiben. Wir haben mit 9000 Seelen, sind seit einer halben Stunde unterwegs. Und wenn wir sterben, war kein Leuchtfeuer da. Aber kein Druck. Weißt du, was meine Horrorvorstellung ist? Geh mal. Und rechts nochmal zurück. Nein, nein, nein. Ja. Rechts. Ne, da war nichts. Ganz schade. So war so aus, als wenn man reingangelesen wäre. Die bitterste Vorstellung ist, nachher in den Kommentaren zu lesen. Ey, wer ist wieder links abgebogen? Wer wäre doch voller Fett im Luftfeuer gelegen. Geh mal wieder kurz einmal links rein. Und guck mal gleich nach rechts, wenn du drin bist. Ah ne, da ist erhöhte Position, okay. Ja. Dann kommt halt auch irgendwann raus. Und hier zurück renne ich nicht nochmal. Also All-On-Nacht, dann geht's? Jo. Trifft er mich hier schon? Jetzt wirft er hier. Der wirft! Nein, der wirft. Auch. Kommt der andere wieder? Nö, das ist immer nur der. Na dann. GG. Du rennst für deinen Elm. Komm nach oben. Nein, nein. Du musst gerade durch, wa? Gerade durch und dann links die Treppe rufen. Ja. Ja, ich wusste es ja jetzt nicht, wo ich hin muss. Oh. Ja, dann würde ich mal die Wand da anhauen. An der Stelle, wo das war. Komm. Das ist er. Wo ist denn hier das scheiß Leuchtfeuer? Ja, dann würde ich sagen, oben drauf jetzt. Obwohl, da oben steht jemand mit einer Armbrust. Da vorne steht, wo wir, äh, gepfandterter Ritter. Du möchtest nun Bogen auf mich. Ja, dann muss ich ja. Ja, muss ich ja. Meinst du da vorne rein? Könnte sein. Ah. Oh. Von wo? Von wo? Hinter dem guten Ding da. Hatte ich dir doch schon gezeigt. In der dem? Oben drauf. Ja, da habe ich eben auch schon geguckt, aber ich habe ihn nicht gesehen. Siehst du ihn mal? Das ist wahnsinnig nicht. Bestimmt auch mit dem Fenster. Ja, das willst du jetzt erst mal versuchen. Ja. Ja. Bis dann. Ja. 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 Du bist der kl